Hier seht ihr den Bereich für die Suiten. Wir haben hier ein eigenes Deck. Superschön mit Ravillons. Jeder hat sein eigenes Ravillon. Und zwei Sonnenliegen. Das ist ganz, ganz toll. Hier der Elfer, das ist der ganz große, sogar mit Tisch. Der Stühlchen ist ganz toll. Das wird auf die größte Suite sein, der Elfer.